Nach deiner erfolgreichen Bewerbung bekommst du von uns einen Link zur Online-Auswahlstufe. In dieser füllst du einen Fragebogen zu deinem bisherigen Werdegang aus und nimmst an zwei Online-Tests teil. Hierauf musst du dich nicht vorbereiten, stelle aber sicher, dass du während der Tests nicht gestört wirst und deine Internetverbindung stabil ist. Wenn du die Online-Auswahlstufe bestanden hast, erhältst du eine Einladung zum Auswahlverfahren nach Hamburg. In diesem Auswahlverfahren erwarten dich im ersten Teil, der Vorauswahl, Computertests und Simulationen. Beim zweiten Teil, der Hauptuntersuchung, führst du Gruppenarbeiten durch und wir können uns im ganz persönlichen Austausch näher kennenlernen. Dabei ist uns besonders wichtig, dass du einfach du selbst bist. Auswahlverfahren bestanden? Dann herzlich willkommen bei der DFS.